Platz da Mädels, jetzt kommen wir. Jetzt kommen wir. Hat sich da jemand übergeben? Warmes Frühstück. Eintopf. Aber das sieht aus wie schon mal gegessen. Und was ist das? Das ist Pferdekotze. Ja Leute, Pferdekotze. Was soll das? Man kann das nicht essen. Neuer Anbieter. Nicht unsere Schuld. Alles vorgekocht. Hallo, hier ist Susan von der Mainhard-Magen-Markt-Forschung. Darf ich fragen, wer ihr Internetanbieter ist? Fuck, Entschuldigung. Hallo?